hallo servus bei monaco deluxe schön dass du wieder draufgeklickt hast heute habe ich die münchner künstlerin edith neben mir und sie hat eine ganz besondere auftragsarbeit gemacht nämlich über die drei größten modemacher der welt kann man sagen und du bist ja bekannt für deine auftrags arbeiten wie ist wie entgeist unserem projekt eigentlich ran ja also zuerst bereite ich mich natürlich vor also wenn es bekannte künstler sind oder bekannte persönlichkeiten so wie bei diesem auftrag ist es relativ einfach weil man kennt ja schon man weiß ja schon man kennt die persönlichkeiten und dann habe ich schon meine vision und dann gehe ich schwanger mit der idee sage ich immer und dann lege ich los und meine bilder entstehen ja sehr spontan ich bin eine malerin die spontan arbeitet ich mal ja schon seit über 30 jahren und die malerei begleitet mich schon seit meiner kindheit und ich konnte dann meiner berufung folgen und neben meinem beruf und neben einer privaten verpflichtungen als hausfrau mutter ehefrau habe ich mich dann wirklich von der picke auf ausgebildet ich habe in münchen die kunstschule von professor seger besucht und ich habe viele mal reisen ich habe viele kurse bei künstlern alle möglichen richtungen besucht und habe so meine eigene handschrift entwickelt eben auch durch diese maltreisen ich habe meine augen für das wesentliche geschult und ja und habe dann festgestellt dass meins eigentlich das malen von von menschen ist auch als ich früher zum beispiel in der toskana gesessen bin und irgendeine kleine gasse gemalt habe oder einen marktplatz dann waren bei meinen bildern immer menschen drinnen es waren hunde drin es war eine vespa also es musste leben und so ja und deswegen hat sich das so heraus entwickelt dass ich auch hauptsächlich porträts male ich also ich will mich aber jetzt nicht als porträts malerin bezeichnen weil ich auch sehr gerne also mir schwebt zurzeit eine münchner serie vor dass ich mal in münchen paar wochen fotografiere natürlich auch menschen und dass ich eine serie über münchen aber das sind dann auch natürlich gebäude und alles mögliche drin ja und bei diesem auftrag war es so um wieder zurück zu kommen auf diesen auftrag dass ich mir die bilder gesucht habe die ich malen wollte und die dann so zusammengestellt habe und dann ist es in viel nachtarbeit entstanden weil ich bereite mich eben vor indem ich das bild visualisiere dann im kopf schon fertig habe und dann mal meine hände eigentlich von selber das heißt die bilder entstehen sind da sie im kopf fertig sind entstehen sie auch sehr spontan und ich habe auch einen großen anspruch auf die qualität meiner bilder deswegen male ich auch mit sehr hochwertigen farben und ich bin sehr selbstkritisch ich bin eigentlich mein größter kritiker und deswegen wenn dann ein bild fertig ist und ich bin zufrieden und dann ist es für mich ist malen auch fitness für die seele aber es schauen wir uns doch mal das bild am besten an ent enthüll doch mal dein kunstwerk ja das ja es ist ein triptych und dieses bild ist entstanden aus drei einzel bildern und es soll irgendwie auch eine einheit ergeben und der auftrag war eben die drei mode ikonen oder die drei modemacher und da gab es eigentlich nur diese drei also wir es ist mir spontan sind diese drei eingefallen am am einfachsten war das eigentlich war wie wenn westwood weil diese frau ist einfach das entspricht mir auch ein bisserl weil sie eben so wild ist und so natürlich und 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 trotzdem so uneitel auch und das gefällt mir sehr und darum ist das wirklich in einer nachtssitzung entstanden auch karl lagerfeld dem auch jeder kennt und ich mag ihn sehr ich mag auch seine art dann kommen wir zur dritten persönlichkeit anna winter ist ja eine ikone und ich glaube der film der teufel trägt brater das war ja sie das vorbild und das war auch die schwierigste person für mich zu malen weil es eine ein mensch ist von dem man eigen oder ich persönlich ich weiß wenig von ihr deswegen musste ich mich auch zuerst mal einlesen und diese eleganz rüberbringen und trotzdem mit meinem dynamischen wilden pinselstrich und ich denke es ist mir schon gelungen und an sich also im ganzen bin ich sehr zufrieden und bei mir geht ein bild auch erst dann raus wenn ich zufrieden bin und wenn ich einfach ja wenn ich diese emotionen die ich beim malen hatte wenn ich die auch wirklich das gefühl habe ich habe das transportiert ja noch mehr zu der entstehung dieser triologie sozusagen seht ihr auf dem blog monaco deluxe den verlinke ich euch in der infobox und noch mehr von dir als künstlerin lesen wir in der ersten print ausgabe von monaco deluxe die anfang mai erscheint danke für das gespräch danke auch und ich hoffe ihr schaltet bald wieder ein und gebt uns ein like oder abo ein